Eeh! Du schaffst es, Bub! Du schaffst es! Und ... Yes! Hallo, ihr ist die Michis, ich bin's, der Marc, der BMag, und wir spielen Lifthill The Ride, Carried the Way, da muss man selber Lifte bauen. Ähm, ich habe da schon ein bisschen angefangen, aber wir fassen hier noch ganz vorne zusammen. Wir spielen mal das Tutorial zusammen, dass wir auch so etwas daraus kommen. Ich habe das gefunden in einem YouTuber, der ehrlich gesagt ist es relativ vergeblich. Das zeigt schnell was man hier machen kann. So etwas ähnlich wie das Brückenbauspiel. Jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Hier ist verschiedene Dinge, so Holz. Und dann musst du hier halt so etwas bauen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinbringen. So, vielleicht so. So. Oh shit, wir haben uns schon mal scheisse gemacht. Warte, ich kann es nicht elektrisch so machen. Ja genau, schau jetzt. Funktioniert das? Schafft man das? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Oh, schau da. Oh, ist schon halbes Rot. Wenn das Rot wird, dann kann es brechen. Aber der Sami Klaus schafft es. Schau da. Hey, Landtoner. Ich gebe mal eine Geschwindigkeit darüber. Und ich habe es geschafft. Hä? Es gibt verschiedene Arten von diesem Ganzen. Ähm, ich habe zu einem Tutorial auch schon durchgespielt. Dementsprechend ist es etwas blöd, um zu zeigen. Ich glaube, wir spielen mit der Kampagne weiter. Ich bin da jetzt schon auf... Was bin ich denn hier? Nr. 8 bin ich. Das ist, ich glaube, es ist noch einfacher. Und jetzt, da habe ich jetzt ganz etwas gewusst. Ich muss eine Brücke bauen. A Bridge. A Bridge. Oder kann ich einfach auch... Darüber kommt, wir weiss gar nicht. So. Oh scheisse, drücken. Geht das? Ja, das geht anscheinend. Das ist aber nicht so schwierig. So. 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 Hat er das? Oh shit. Okay, das ist doch nicht so einfach. Ähm. Ähm. Ja. Oder vielleicht oben durch. Ich weiss jetzt nicht, aber... Ah shit. So. Und das. Ah. Schau da. Äh. Du schaffst das Bub, du schaffst es. Und? Yes. So. Schau mir das manchmal in Slow Motion an. Grandi. Oh, was das ist ein Huren Spiel. Hä? Wow. Buuuuuuu. Lass, komm, 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 komm. Machen wir weiter, machen wir weiter. Machen wir den Mount. Der Mount. Mal schauen, was das ist. Das ist... Oh, das ist... Was ist das? Schwieriger? Nein, das ist glaube ich... Mittelschwer, hä? Also, Collect Stars. Das wäre oben. Safety Structure. Okay. Und... Das. Okay. Okay. Hm. Also. Probieren wir doch mal den Mount zum zweiten Level. Vorstellbar so. Also so. Irgendwie so verbringen. Irgendwie so, dass es gleich noch hat. Hm. Das schiesst auch so. 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 Nein. Irgendwie so. Aber nicht zu fest. So. 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 Schöööööööön. Schitz! Was? Okay. But ich freue mich mit mir ... Der storing nicht mehrfach ... Ja, nehme ich den. Oh, ich habe ihn. Es funktioniert. Es funktioniert. Yeah. So. Hat es? Hä? Nein, es hat niemals. Nein! Oh, jetzt kommt er. Bumm, jetzt ist er weg. Irgendwie muss ich ihn dann noch befestigen. Wie geht das? Aber ich glaube, ich bin nicht schlecht dran. Wenn ich jetzt noch so eine Schnur dran tue, dann kann er nicht weg. Höhöhöhö! Hey Scheisse, Mann! Dich nicht übel, Mann! Ah, schau jetzt! Aber es liegt ihm trotzdem noch nicht. Ich komme mir noch an. Okay. Aber ich bin mir schon mal nicht schlecht. Ich bin mir schon mal nicht schlecht. Kann ich noch ein bisschen... Ganz wenig... Ah, jetzt bin ich zu fest. Komm. Halt das Ding. Aber jetzt auch. Ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Warum fliegst du raus? Hm. Wie ist das denn? Das ist das Problem bei ihm? Er schlägt knapp an. Und dann fliegt er raus. Okay, okay. 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 Und dann... Okay, okay... Okay, okay. Ich schläge mich an. Jaaa! Uuuu! Jetzt bist du gut, jetzt bist du gut. Komm, komm mal, schnell drüber, schnell drüber, schnell drüber, schnell drüber, komm, 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 ja, scheisse, mann. So, das ist es gewesen mit dem Superspiel, wie heisst es überhaupt, warte mal, so, jetzt haben wir geschafft, jetzt ist Superspiel, das Spiel heisst, nein, wie heisst es für ein Spiel? Das Superspiel heisst Carried Away, der Ski-Lift-Simulator, wenn ihr mehr von diesem Super geben wollt, geht es unten, liken, kommentieren, macht irgendetwas, geile Sachen über den Marken, über den B-Macken. Musik 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 Musik